Hudora stammt vom aufstrebenden Zuchtbetrieb Meier aus Theisendorf. Mit Hellstarm aus Virginia, aus Wobbler, aus Raldi, aus Flado stehen hier auf der mütterlichen Seite sehr bewährte Vererber im Pedigree. Im Bestand stehen noch die Mutter, die Großmutter und die Urgroßmutter. Die Ururgroßmutter ging mit sieben Abkalbungen ab. Hudoras große Stärke ist der Milchwert, gepaart mit gutem Fleischwert und sehr guter Fitness. Im Fitnessbereich herausstechend ist die gute Melkbarkeit, gute Nutzungsdauer, gute Eutergesundheit, gute Fruchtbarkeit seiner Töchter und der Kalbeverlauf. Im Extröhr verspricht er eine gutrahmige Kuh mit gutem Fundament und sehr gutem Euter.